Käfer sind ein fester Bestandteil der Natur und kommen in fast allen Regionen auf der Erde vor. Es gibt insgesamt über 350.000 Käferarten, von denen auch viele bei uns in Deutschland zu finden sind. Während viele bekannte Arten, wie zum Beispiel die Marienkäfer, leicht zu erkennen sind und auch keine Gefahr für deinen Haushalt darstellen, können andere Käferarten zu einer richtigen Plage in unseren Wohnungen werden, da sie Lebensmittel kontaminieren und die Einrichtungsgegenstände angreifen. In diesem Video hier haben wir uns die Insektenbestimmung mal angeschaut, die dir auch dabei helfen kann, eindeutig deinen Käfer zu identifizieren. Und jetzt in diesem Video erklären wir dir, wie du deine Käfer schnell wieder los wirst. Aber bevor du mit irgendwelchen Maßnahmen anfängst, solltest du erstmal den Krisenherd ausfindig machen, also den Punkt im Haus zu lokalisieren, wo sich die meisten Käfer befinden, um auch das Problem ausfindig zu machen. Das wäre im Fall von Pelz- und Teppichkäfern zum Beispiel ein besonders stark befallenes Textilstück. Tabakkäfer, Brotkäfer und Reismielkäfer hingegen sind Vorratsschädlinge, welche sich durch unsere Vorräte beißen. Abseits der Lebensmittel finden Käfer jedoch auch Nährstoffe. So bevorzugt der Speckkäfer zum Beispiel Aas oder Insektenreste. Aber so ziemlich jeder Käfer richtet sich auch nur nach dem, was er bekommt. Der Tabakkäfer befällt zum Beispiel nicht nur Tabak, sondern geht auch auf Gewürze und Nüsse über. Wie die Käfer in die Wohnung kommen, kann dann vielerlei Gründe haben. Manchmal kann man sie mit befallenen Vorräten anschleppen, aber es genügt auch schon ein offenes Fenster und schon können sie sich in deiner Wohnung einnästen. Also muss es keine hygienischen Gründe haben, jedoch sollte die Bekämpfung trotzdem immer mit einer gründlichen Reinigung anfangen. Das Aussaugen und Putzen von Schränken und Ritzen ist immer sehr hilfreich und nimmt auch diese Reinigung sehr sorgfältig vor, um auch die nicht sichtbaren Eier und Larven der Käfer loszuwerden. Und wenn du dabei dann angefressene Lebensmittelverpackungen findest, solltest du diese dringend entsorgen. Bei einem Textilbefall sollten die Teile heiß gewaschen werden, um die Eier und Larven direkt zu entfernen. Und wenn diese schon sehr stark beschädigt sind, dann am besten direkt entsorgen. Der dritte Schritt ist dann die Bekämpfung der Käfer. Dazu bieten wir verschiedene Produkte an. Der Klassiker ist hier unser Green Hero Käfereggspulver. Der darin enthaltene Silikatstaub lässt sich einfach auf die betroffenen Flächen ausbringen und trocknet die Larven aus. Die gleiche Funktionsweise macht sich unser Silikaspray zu Nutze, kommt aber in einer Aerosolflasche, welche die Anwendung in engen Fugen ein bisschen einfacher macht. Gegen die Lagerschädlinge hilft auch eine Behandlung mit unseren Schlupfwespen, auch Lagererzwespen genannt, welches winzig kleine Helferchen sind, die sich dann an den Käferlarven zu schaffen machen. Sie sind so klein, dass man sie mit einem bloßen Auge kaum sieht und sterben auch von alleine wieder aus, wenn der Käferbefall beseitigt ist. Zum Überprüfen, ob die Behandlung auch erfolgreich war, ist dann der vierte Schritt, die Kontrolle. Dazu haben wir verschiedene Käferfallen im Angebot, welche speziell mit den Paarungshormonen der jeweiligen Käfer ausgestattet sind, sodass auch nur diese eine bestimmte Sorte angezogen wird. Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass nur die ausgewachsenen Männchen angezogen werden und die Larven weiterhin Schaden anrichten können. Deshalb nur als eine Gegenkontrollmaßnahme. Jedoch lässt sich so sehr spezifisch kontrollieren, ob diese eine Käfersorte noch im Haus ist oder nicht. Für die allgemeinere Kontrolle lässt sich auch unsere Multi-Käferfalle einsetzen, denn diese zieht durch die Kombination aus Nahrungslockstoffen und Pheromonen gleich eine breite Gruppe an vorratsschädlichen Käfern an. Wenn sich dann doch zu einem späteren Zeitpunkt noch Käfer in der Falle sammeln, sollte man die Maßnahmen nochmal wiederholen, bis die Falle leer bleibt. Abschließend sind auch noch die Präventivmaßnahmen wichtig, um einen erneuten Befall vorzubeugen. Dazu gehört das Umtopfen von Lebensmitteln wie Reis, Nudeln, Kaffee, Mehl, Haferflocken usw. in festverschlossene Glas- oder Metallgefäße, durch die sich die Schädlinge im Gegensatz zu den dünnen Verpackungen nicht mehr durchbeißen können. Das regelmäßige Säubern von Polstermöbeln, Teppichen und Lebensmittelschränken hilft ebenfalls dabei, einem erneuten Fall von Käfern oder anderen Schädlingen vorzubeugen. Beim regelmäßigen Hausputz solltet ihr dann auch nach Ritzen und Spalten die Augen offen halten, diese gründlich aussorgen und bestenfalls gut verschließen. Also nochmal die fünf wichtigsten Schritte zusammengefasst. Erstens Beseitigung der Schädlinge und des Ursprungs, zweitens sorgfältige Hygiene im betroffenen Bereich, drittens Bekämpfung der Schädlinge, viertens die Kontrolle der Bekämpfung durch die Pheromonfallen und fünftens Prävention eines weiteren Befalls. Mit unserer Insektenbestimmung erhaltet ihr auch immer zusätzliche Tipps, welche Maßnahmen zur Bekämpfung eures speziellen Schädlings zu ergreifen sind. Und damit hoffe ich, konnte ich euch ein paar nützliche Tipps mitgeben und euch auch dabei helfen, eure Wohnung entweder käferfrei zu bekommen oder käferfrei zu halten. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns die gerne in den Kommentaren. Ansonsten freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement auf diesem Kanal. In unserem Online-Shop findet ihr alle genannten Produkte in diesem Video und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo! Käfer im Haus? Käfer im Haus? Untertitelung des ZDF, 2020